Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, auch von mir ein herzliches Grüß Gott ins Haus der Berge. Ich habe mich als Schüler immer gefreut, wenn wir auf Exkursionen gegangen sind. Raus in die Natur und die Wunder meiner Heimat entdecken. Die Felsen auf dem Walberler, die Sinterterrassen der Lillach bei Weißenohe oder die Teufelshöhle bei Bottenstein. Das stand für mich viel zu selten leider auf dem Stundenplan. Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, habt Glück. Ihr könnt in Zukunft häufiger auf Entdeckungsreisen gehen. Denn eure Schulen werden heute als Nationalpark- und Biosphärenschule ausgezeichnet. Und der Name ist Programm. Auf Exkursionen im Nationalpark und in der Biosphärenregion kann man die Natur erleben. Die Natur sein darf eine Kulturlandschaft, die nachhaltig bewirtschaftet wird. Eine Heimat, die einzigartig ist in der Welt. Und ich glaube auch den Lehrerinnen und Lehrern macht der Unterricht draußen in der freien Natur richtig Spaß. Seit 2021 läuft unser Pilotprojekt und es ist ein Riesenerfolg. Über 5000 Schülerinnen und Schüler sowie 240 Lehrkräfte haben wir erreicht. Dieser Erfolg muss dringend fortgeführt werden. Deshalb habe ich mich auch persönlich für die Verlängerung eingesetzt und kann heute sagen, es gibt knapp 900.000 Euro für die Fortsetzung bis 2027. Wenn das keine gute Nachricht ist, was dann? Wir machen tolle Angebote zur Wildnisbildung und zur Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wir vermitteln die globale Bedeutung von sich selbst überlassener Natur für den Lebensraumschutz und natürlich für die ganz besondere Artenvielfalt. Wie man aus den Herausforderungen unserer Zeit regionale Antworten findet. Wie man sich für das Berchtesgadener Land als Lebens-, Wirtschafts- und Erholungsraum einsetzen kann. Und dass ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, bei der nachhaltigen Entwicklung eurer Heimat mitwirken könnt. Ein Projekt von dieser Größe kann nur gelingen, wenn alle an einem Strang ziehen. Ich danke den Schulträgern, dem Bartner Schulbeirat und dem Projektverantwortlichen von Nationalpark und Biosphären Region. Sie machen hier Umwelt, Bildung at its best. Ich danke Ihnen, liebe Schulfamilien, für Ihr Herzblut und Ihr Engagement. Und ich danke euch, liebe Schülerinnen und Schüler, für das Interesse an Umwelt und Natur im Berchtesgadener Land. Ich gratuliere zur Zertifizierung Nationalpark und Biosphären Schule. So stärken wir die Verbundenheit mit Natur und der Heimat. Eine bessere Investition in die Zukunft gibt es nicht. Herzlichen Glückwunsch!